So liebe Leute, da sind wir wieder. FIFA 14 Karrieremodus, bevor FIFA 15 kommt, nochmal Vollgas geben. Momentan stehen wir auf Platz 1 der Liga mit Leverkusen. Heute geht's zu Hause gegen Schalke. Ja, da muss man sagen, da haben wir ja so ein bisschen unsere Erfahrung mit. Das lief auch nicht so gut auf Schalke. Oh, alles klar, Gold. Wo sollten wir da eigentlich hin? Ja, hinspielen wir klar, ne? Wohin wir spielen sollen. Nein, wie gesagt, auf Schalke haben wir verloren. Dann bin ich nicht alles täuscht oder unentschieden gespielt. Ich weiß schon gar nicht mehr. Zu Hause werden wir gewinnen. Wir haben jetzt zuletzt gegen Bayern gewonnen. Wir haben gegen Hannover gewonnen. Wir haben gegen Wolfsburg gewonnen. Ich denke mal, da machen wir heute ebenfalls einen Sack zu. Bin ich zuversichtlich. Wir haben, boah, wir könnten heute 5 und 3. Wir haben 8 Punkte Vorsprung und könnten erweitern auf 11. Naja, machen wir doch alles klar, oder? Auf geht's. Schön Pressing wieder. Dann läuft das. Wow. Vorsicht, noch nicht vorbei. So. Schade. Hätte er den eben kontrolliert gehabt, dann wäre da echt mehr draus geworden. Das ist der Superheld aus dem letzten Spiel, der Son. Er bringt den Ball. Oh, und weit, aber... Hätte mehr in den Rückraum spielen sollen, aber war auch bedrängt von zwei Mann, ne? Das klappt nicht immer. Schlecht. Oder besser gesagt, gut zugestellt von Schalke. Und ruft da immer schön drauf. Auf die People... Was ist das? Clemens. Sehr gut. Okay. Castro. Jupp. Da war mehr drin. Muss nicht immer eine Flanke sein. Wie gesagt, ich fand das ganz gut, dass wir eine Ecke kriegen. Nochmal draufziehen. Mal gucken, was er so kann. Der Castro ist auch sehr auffällig. In den letzten paar Spielen gewesen. Oh, scheiße. Wenn wir aufs Tor ziehen können. Müssen. Sehr gut. Wie ist das? Can. Sieht auch schon jetzt ein paar Spiele in der Startelf. Da ist ein bisschen Platz. Da ist ein bisschen Platz. Schade. Komm ich nur vorbei. Einfach abgelaufen. Sehr gut. Schön den Ball zurückerobert. Bombe. Sehr schön. Ah, dann fehlt wieder. Ne, ihr seht. Wir kommen bis dahin. Aber dann ist aber mal der Schacht zu. Sau gefährlich. Glück gehabt, dass abseits war. Da habe ich den Innenverteidiger zu früh rausgezogen. Guck. Wir hatten alleingelassen. Da war die Luft schon gebrannt. Kein Foul. Da ist doch in mich rein. Sehr schön. Nehmt Bombe. Er ist schnell. Ah. Aber das kannst du fast knicken. Auf den langen Pfosten zu ziehen, wo Son steht. Dass der dann ein Kopfball-Duell gewinnt. Das kann ich mir auch kaum vorstellen. Macht also fast gar keinen Sinn. Dann lieber Zentrum. Weil da steht Kiesling. So. Karma überlegt sich was. Schauen wir auch. Keine Abseits. Aufs kurze Eck. Oder in die Mitte. Scheiße. Komm schon. Jawohl. Super. Nochmal Anlauf nehmen. Wo haben wir denn Platz? Das sieht gut aus. Aber zu weit. Hat sich ja nicht freigelaufen. ist von. Komm schon. Jawohl. Und ruf. Und ruf. Und ruf. Jawohl. Auf geht's. Scheiße. Ist ein Stückchen zu weit. Sehr gut. Schalke keine Chance lassen. Auf geht's. Wim Bombe. Mach was draus. Jawohl. Einwurf. Für Leverkusen. Schwierig. Ihr seht schon. Die stehen echt kompakt. Also das. Ich weiß noch nicht wie immer da rankommen. Immer wieder Flanken probieren. Irgendwann klappt es halt. Aber so durch Zentrum durchkombinieren. Das kannst du fast knicken. Oh. Das ist. Tio Tacke. Einen Mann angeschossen. Mal wieder. Und das ist nichts. Wollschein war es, glaube ich. Vorsicht. Oh. Fehler von Schalke. Das ist gut. War aber anders gedacht. Hat nicht geklappt. Habt schon gesehen. Im Zentrum ist es schön gelaufen. Da wollte ich eigentlich hin. Aber. Aber. Draus geworden war ein Abseitspass zu Kisten. Well. Oh. Was? Was? War das? Was? Was? Alles. Was? Das ist. Ich bin es. Super. Das ist. Wird schwer gegen Schalke. War aber abzusehen. Boah. Mal gucken, was wir jetzt machen. Wie lief denn aus? 57% Ball besitzen. Ja, wir haben ja Chancen. Gucken wir mal. Wir werden schon was erarbeiten. Ja, wir werden schon was hinkriegen. Wenn die so weit hinten drin stehen. Sehr gut, Limbon. Das war gut gelöst. Jo, mit dem Außenriss. Leichteste Aufgabe, ne? Und Castro. Schön. Oh, warum kommt der? Der war doch schon... Habt ihr gesehen, wo der gelandet wäre, der Ball? Oh, der Hammer, ey. Shit. Also über Castro muss ich öfter machen. Der macht das gut. Der weiß, wie das geht. Los. Jupp. Oh, wieder so gut. Das ist die scheiß Pille wieder nicht. Guck mal, wie die spielen, Alter. Allmehr Sekunde. Millisekunde, bevor ich am Ball bin. Das gibt's nicht, oder? Ey, das ist nicht euer Ernst. Oh, komm schon. Sehr gut. Noch ein bisschen Glück dabei, aber ist ja egal. Kommen wir nicht durch, ne? Ne. War nicht zu erwarten. Der fliegt. Da geht's hier um vorne los, ey. Scheiße. Doch, jetzt hab ich ihn. Fuck. Mann, scheiße. Das war nicht so gedacht. Ich wollte ihn eigentlich auch noch so... Scheiße. Das ist so'n Kotzen, ey. Das ist so schwer. Ah, fuck it. Komm schon. Jetzt hab ich dich. Jetzt. Ja, los. Aber was jetzt? Ja. Ja. Can und Limbombe. Ich hätte auch mit Limbombe draufziehen können, aber mir war schon fast klar, dass der Winkel wieder zu schräg ist und der ihn verzieht. Gerne mal drüber setzt. Deswegen Can unten mit der 10, Alter. Da. Bäm. Bäm. Wo ist das Problem? Gott sei Dank. Ja. Jetzt kommt mal raus da aus einem Loch, Schalke. Oder kombinieren sie sich wieder tot. Sehr schön. Ist ja blöd. Also schnell, 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 schnell. Oh. Alles klar. Oh, jetzt den gegönnt, den Kerl. Ich bin gerade ein bisschen ruhiger, weil ich wieder mal in Konzentrationsmodus bin, aber... Ich verzieht er halt volle Lotte, ey. Sehr schön. Und los, Limbombe. Den kann ich echt leiden, ey, den Kerl. Jupp. Ecke. Super gemacht. Son. Oh, der hat ihn freistehend auf den Kopf, ey, und setzt ihn so daneben. Oh, das gibt's ja nicht. So, also, gucken wir mal. 78. Minute müsste eigentlich durch sein, aber ich will mich noch ein bisschen konzentrieren. Aber ich hab echt Panik, dass er noch... Weil so wie die gespielt haben, war streckenweise echt schwer ranzukommen. Da sind schon Chancen drin, aber du kannst dir echt nicht viel erlauben hier. Das ist leider so. Du hast nicht viele Chancen gegen den Schalke. Ist einfach so. Ja, sehr gut. Ich hab auch den Volland noch bringen können. Hab ich aber nicht. Das ist... Kramer! Boah! Bam! Alter. Hahaha. Sehr schöner Schuss. Kramer. Die Flak. Gucken wir nochmal. Jo. Alles klar. 2-0. Geht doch. Na, Vorsicht. Geht auch wieder außen lang. Die gleiche Leier hier. Alles klar. Super. Souverän. Souverän. Voila. Boah, was denn jetzt für ein Lack, ey? Was hab ich denn jetzt für ein Lacks hier in FIFA, ey? Gibt's ja gar nicht. Habt ihr gesehen eben, ne? Das Ganze ist leider nicht der Mega-Chance noch gewesen, aber ja, durch den Lack hat mich leider jetzt verkackt. Mit Deutsch. Vorteil ist zu Ende. Sehr gut. Und, ah ja, du musst ja den Ball noch ausspielen. Damit's noch ein Eckball-Tor gibt, oder? Sehr gut. Ob dafür. Das war's, glaub ich, oder? Jo. 2-0 gegen Schalke. Darf man sich nicht beklagen. Es war schwer. Es war schwer. Zwei entscheidende Situationen haben's dann, ja, letztendlich für uns entschieden. Tippi-Toppi, muss man sagen. Gucken wir uns mal ganz kurz die Noten an. Hier, zum Beispiel Woltscheid. Riesending mit den Eckballdingern. Ja. Bönisch, der Verteidiger. Ja, den Meilenberg vorbei. Das war gut. Das Limbombe den nochmal rübergelegt hat. Und sowieso hier. Das 2-0 zeigen sie das auch noch. Ja, schön aus dem Rückraum. Da. Sieht man gar nicht. Verdeckter Schuss. Perfekt reingesetzt. Sehr schönes Tor. Für die Galerie. Can in 9,2. Ja, leck mich fett. Der wird ja immer besser. Ansonsten. Tippi-Toppi, Leute. Sehen wir uns in die nächste Folge. Ist klar. Ist dann schon der 23. Spieltag. Mit Vollgas Richtung Finale. Ihr wisst Bescheid. Bis dann. Macht's gut. Und tschau, tschau. Tschau.